äh so laut sprechen musst du aber nicht doch muss aber nicht direkt mein ohr blutend machen so laut war das gar nicht vorhin am maulen du bist so leise ich kann dich nicht hören jetzt ist alles so laut lässt mich doch nämlich machen ich fürchte nicht das ding oder anja ja sie schreibt er nur noch jetzt hat er endlich mal geredet anja kriegt auch ganz viel ab schlapperlappen keine schnee schlapperlappen haben ja auch ausgaben oder war das schlapperlappen alarm geht das ist aber lappen im einsatz ach so ja gut da kriegt recht schneebrille hinterher ja toll soll mir kalt werden hubi hast noch circa 73 gigabyte frei brauchst für hogwart ich habe noch über 600 gigabyte frei ich schätze ich hätte auch noch gigabyte frei aber nicht mehr so viel auf dem bin ich das wollen wir das geld zum beispiel mein steam konto hat nämlich ebay meins im moment auch noch ich habe die zwei karten geliehen na dann passt ja ich werde ja noch morgen morgen vormittag wird nicht gespielt habe ich aber heute morgen schon gesagt weil ich muss dringend das video schneiden und ich werde das dann auch hochladen und das soll sehr lange dauern mal gucken wann ich morgen wach werde spätestens dann will die augen aufgehen spätestens dann wenn die blasen meint entweder oder und torsten wie viele haben sie noch und sich den kalkstreuer dranhängen Thorsten kriegt wieder alle Arbeit vor den Kopf geschmissen oder angekoppelt. Der kriegt sie ja nicht direkt vor die Füße getragen. Hätte ich so und so gemacht, Anja. Hallo, schönen guten Abend für der Mondfinsternest. Mondfinsternest, die auch einen wunderschönen guten Abend wünscht. Zum ersten Mal gechattet. Ja, moin moin. Hallo, Mondfinsternest. Mondfinsternest, weh. Ach, Mond heißt das? Ja, Mondfinsternest. 1968. Die, 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 die. Jetzt haben wir einen eigenen Mond. Siehste? Ja. Ah, nee, der Io ist ja auch ein Mond. Hä? Achso, ja. Von Jupiter? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall mondig. Mondig. Ja, bin schon 54. Ja, bin schon 54. Ja, wenn du auf meinen Namen guckst, dann weißt du, was los ist. Müsste da eigentlich drin stehen. Ich müsste gerade selber nochmal gucken. Steht wirklich drin. Kanalname. Beachkanalname. Was heißt hier schon 54? Hallo? Er ist. 67. Jawohl. Anja, ich muss leider, äh, Stampelsimulator machen. Ja? Ja. Ich muss mir, ich muss mal nö machen. Ein nö? Ja, oder doch. Kommt drauf an, wer sagt. Ja. Ach, 67 Fragezeichen. Ein Achtung, Ein Achtung. Ein der Eltern. Joachim. Und Freitag noch in der Eltern. Jetzt Freitag. Am 10. Hurri. Danke, Hörbi. Was ist los, Anja? Ich denke mit grauen an den ersten, sechsten. Warum? Weil ich da zum fünften mal nulle. Ja, und? Ist doch schön. Äh. Ich will doch nur jammern und meckern und mimimi machen. Ich muss erst mal einkaufen. Ja, dann geh einkaufen. Wird groß gefeiert? Nö. Ich stream. Was soll ich denn mit feiern? Der Opi feiert, indem er seine Spiele streamt. Ui. Und da wird Anja ein Jahr, ja, ein Jahr älter. Da hast du recht mit. Ui, Anja ist älter als dich. Uuu. Andere Position an. Wird nicht groß gefeiert. Ich feier mein Geburtstag normalerweise gar nicht. Schnurr. 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 Die Schnurr. Die Schnurr. Die Schnurr. Die Schnurr. Die Schnurr. Die Schnurr. Aha. Ich muss. Die Schnurr. Die Schnurr, die Schnurr. Die Schnurr. Die Schnurr. Ich schleuchte. ich bin leider auch schon früh rentner irgendwann fange ich den esel irgendwann habe ich den ja wenn er nicht vorher die tür zu macht und dann beim ding dong nicht aufmacht weil ich im herzen operiert worden bin neue herzlappe bekommen so weit habe ich zum glück nicht ja umdrehen einen wunderschönen guten abend lieber obi von rettungsengel rettungsengel die auch einen schönen guten abend gewünscht er sehe grüß dich wünschst du wohl geengelt zu haben doch blöder geht es nicht ich wünsche eine ruhige schicht gehabt zu haben und moin von klar sektar hektar die auch einen wunderschönen guten abend gewünscht zum ersten mal gechattet hektar sei gegrüßt die 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 dieselb über die haut einig Beetherstue Hogwarts. Neun Uhr beginnbar. Der Engel, das ist schon ein Weilchen her. Nein, ich frage jetzt nicht nach. Nein. Gute Discord Link. Danke, Hörpi. Oh, ich finde das schön, dass mein Pod so gut funktioniert. Ding Dong. Gute Discord Link. Danke, Danke, Danke. Mein Hörpi-Pod. Moin von Gillebomber. Gillebomber dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Wie viel hast du heute schon gemacht? Was? Hä? Wie viel was habe ich gemacht? Wie viel Kaffee? Wie viel Zigaretten? Und der Link für die private Slogo, hm? Was ist mit Enrico? Den hört man auch nicht mehr. Ich weiß es nicht, was mit Enrico ist. Hektar, Hektar. Ah, Hektar. Keine Ahnung, ich zähle hier noch nicht. Ich habe auch nicht gezählt. Viele, viele, sagt Hörpi. Und er hat zur Zeit nicht mit den bösen Zehen im Bett. Ah, du hast die allerliebste Freundin eingefangen. Aha. Dann mal gute Besserung. Ihr habt aber auch gar keine Ahnung. Ja, bitte auf Beobachtung setzen. Was macht ihr dort? Kartoffeln? Mondfinsternis? Nein, wir grubbern. Ah, hast du keine landwirtschaftliche Ausbildung? Gillebomber? Ach, man muss bestimmt das... Ja klar, man kann das Spiel ja nur dann spielen, wenn man landwirtschaftliche Ausbildung hat. Oh, Entschuldigung. Möchte ich das Spiel jetzt ausschalten oder darf ich weitermachen? Da ist der Thorsten wieder am Lachen. Ja, es ist auch witzig. Ich habe keinerlei landwirtschaftliche Ausbildung. Nein, 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 nein. Und Kenntnis. Ich spiele. Das sieht ganz, ganz schwer nach zwei Leuten aus, die nur triggern wollen. Beide nacheinander reingekommen, gehören bestimmt zusammen. Das ist Quatsch vom Mondfinstern. Ist ja selbstverständlich der Quatsch. Die brauchen vielleicht Flugtickets. So, wo lang die lieb sind, brauchen die kein Flugticket. Ein bisschen Vorhandlung sollte man dann haben. nicht dass du zu viel und zu wenig dünnst gibt es ja klare regularien wie man landwirtschaften muss ja in dem spiel kann man spielen wie man möchte kann man sogar an und ausschalten macht man draußen in der landwirtschaft auch so wenn man drückt am knapp und dann hat man groben ausgeschaltet oder flügen oder steine sammeln kann man auch ausschalten ihr macht das sehr gut dankeschön dankeschön hektar also für die leute die das spiel noch nie gespielt haben noch gar nicht noch gar nicht und noch nie mit landwirtschaft was zu tun hatten können über in dem spiel über geräte und landwirtschaft jede menge lernen ne ne das stimmt ich habe ja auch vorher nie was damit zu tun gehabt wohl aus ist besser wegen stromrechnung ich habe ja extra 30 hamster geholt gehabt was ist aus ach so da kommt nicht die landwirtschaftskammer und zieht er die lizenz da kommen bei mir kommen er die typen mit der weißen jacken und holen mich ab aber nicht die landwirtschaftskammer die kommen wir jeden freitag zum zum kaffee trinken entschuldigung ja du lässt sie laufen wir rennen wir trennen glaub ich habe den faden verloren ich habe gar keinen gehabt wieso bist du stehen geblieben ich habe keine ahnung